Musik Wir wollen heute gemeinsam ein Türchen in unserem Adventskalender öffnen. Ein älterer Herr steht mir in seiner Schießbude auf dem Weihnachtsmarkt. Und er sieht, wie im Hintergrund ein junger Mann total besoffen auf seine Schießbude zukommt. Dann kommt sie ihm an die Schießbude und sagt, ich will auch mal schießen. Wenn du mich nicht schießen lässt, zerlege ich deine Schießbude. Gut, sagt der alte Mann, ich bin ja dabei. Ich stecke ein Magazin ein und der schießt sechsmal hintereinander. Der alte Mann geht vor zur Schießscheibe, schüttelt mir den Kopf und sagt, du hast alle sechsmal ins Schwarze getroffen, du hast einen Hauptgewinn. Geht hin, da holt einen Hauptgewinn, das ist eine Schildkröte. Der junge Mann geht wieder weg. Am Nachmittag kommt er wieder und sagt, ich will noch mal schießen. Der Schießbude ist also auch, es kann ja nicht viel passieren, ich bin ja dabei. Er schießt noch mal sechs Mann hintereinander und der Schießbude geht zur Zielscheibe. Und es ist ganz verwundert auch diesmal sechs Schuss ins Schwarze. Da kommt er wieder und sagt, jetzt hast du freie Auswahl. Da sagt er, ich brauche keine freie Auswahl, geht mir einfach noch mal so ein Fischbrötchen wie vorhin. Ich wünsche Ihnen auf diesem Wege eine schöne Adventszeit. Das ist ein Fischbrötchen wie vorhin. Das ist ein Fischbrötchen wie vorhin. Untertitelung des ZDF, 2020